WM-Feuer außer Kontrolle Hunderttausende Franzosen feierten den WM-Triumph der Nationalelf friedlich im Zentrum von Paris. Einige wenige nahmen ihn zum Anlass für Krawall und Plünderungen weshalb die Polizei hart vorging. Nach Frankreichs WM-Triumph in Moskau im Finale gegen Quartin, 4.2, ist es in der Hauptstadt Paris zu Krawallen gekommen. Dutzende Jugendliche warfen Schaufenster ein. Daraufhin räumte die Polizei den Pariser Prachtpoulevard Champs Elysees. Die meisten der Hunderttausenden feierten allerdings friedlich und ausgelassen. Rund 30 Randalierer, die Skimasken trugen, raubten in der Hauptstadt in Geschäften Weinflaschen und Campagner. Sie filmten sich dabei mit den Smartphones. Einige von ihnen warfen außerdem Flaschen und Stühle auf Polizisten, die als Antwort Tränengas und auch Wasserwerfer einsetzten. Aber auch in Laien, Marseille und Ajaxio, so die offiziellen Angaben, gab es Ausschreitungen. In Laien beispielsweise gerieten rund 100 Jugendliche mit der Polizei aneinander, nachdem die jugendlichen Krawallmacher im Zentrum auf Polizeiwagen gestiegen waren. In Marseille wurden bei Auseinandersetzungen zwei Polizisten verletzt. Zehn Menschen wurden festgenommen. In Ajaxio gerieten französische und kratische Fans aneinander. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team